Wenn du dich an die Frau erinnerst, die mit 70 Jahren noch entbunden hat, dann fragst du dich vielleicht, was mit ihr danach passiert ist. Was mit ihr nach der Geburt geschah, war sogar noch viel berührender, denn nachdem sie eine ganze Stadt zusammengebracht hatte, kam es zu einem tragischen Tod. Als Rajo Devin Lohan Mitte 2008 schwanger wurde, waren die Einheimischen schockiert. Mit ihren 70 Jahren war sie eine der ältesten Frauen, die jemals ein Kind austrugen. Auf der ganzen Welt wurde Rajo bald zu einer spirituellen Attraktion, zu der Menschen von weit her pilgerten, um das zu sehen, was man nur als Wunder bezeichnen konnte. Rajo und ihr Mann Barbaram hatten über 40 Jahre lang auf ein Kind gewartet. Das Paar lebte in Alewa, einem traditionellen Dorf in Nordindien, und musste jahrelang den Druck der Nachbarn ertragen, weil sie niemals ein Kind zu erwarten schienen. Einige drängten sie, sich zu trennen und sagten ihnen, dass Gott es nicht wolle, dass sie zusammen seien, wenn Rajo in diesen hohen Altern noch nicht schwanger geworden sei. Das Paar ließ sich jedoch von seiner Liebe und Hingabe füreinander leiten. Sie suchten nach alternativer Medizin, nach Tempeln und nach allem, was ihnen helfen könnte, schwanger zu werden. Und schließlich zahlte sich ihr Glaube aus, als Rajo nicht nur schwanger wurde, sondern neun Monate später ein gesundes Mädchen, Nawen, Lohan, zur Welt brachte. Aber das hielt eine Welle der Kritik nicht auf, denn dieses Mal kam sie aus der ganzen Welt. Ihre Geschichte ging viral und machte internationale Schlagzeilen und zog Aufmerksamkeit von Millionen von Menschen auf sich. Einige meinten, es sei unverantwortlich, in einem so hohen Alter ein Baby zu bekommen. Wie lange würde Rajo noch leben, fragten sie, und das nicht ohne Grund. Die Geburt selbst war alles andere als einfach, aber die liebevolle Mutter hatte es geschafft und die Kleine vollkommen gesund zur Welt gebracht. KritikerInnen waren skeptisch, aber später erklärte Rajo, dass sie sich in den wenigen Jahren nach Nawins Geburt von der Verpflichtung getrieben fühlte, lange genug zu leben, um ihre Tochter aufwachsen und heiraten zu sehen. Laut Rajo war ihre Tochter diejenige, die ihr diese Kraft gab. Doch der Weg war nicht einfach. Zuerst war da das Dorf. Sie waren von Anfang an gegen die Schwangerschaft gewesen und es war nicht einfach, sie zu überzeugen. In der Stadt kursierten weiterhin Gerüchte und Klatsch und eines der Hauptgesprächsthemen war, dass Rajo und Barbaram alles auf eine Karte gesetzt hatten, nur um ein Mädchen zu bekommen. In Indien wird es teilweise als Belastung gesehen, ein Mädchen zu haben, denn es bedeutet viele Ausgaben und ein Mangel an Arbeitsmöglichkeiten. Aber als die Leute aus dem Dorf die kleine Navien besuchten, verschwanden all diese Bedenken. Es war nicht zu leugnen, wie schön sie war. Ihre großen braunen Augen starrten die Menschen mit einer Sanftheit an, die man nicht fälschen konnte. Das würde ein wunderschönes Mädchen werden. Und bald stritten sich die Dorfbewohner darum, wer sie denn gerade halten durfte. Viele hatten lange Zeit die Gelegenheit dazu, denn tragischerweise lag Rajo immer noch im Krankenhaus und kämpfte um ihr Leben. Die Schwangerschaft war nicht so reibungslos verlaufen, wie alle gehofft hatten. Es gab ein paar Komplikationen und Navien wurde per Kaiserschnitt entbunden, um das Risiko für die Mutter zu minimieren. Rajo hatte es lebend überstanden, aber die Leiden, die mit der Schwangerschaft zusammenhingen und nun tief in ihrem Körper verwurzelt waren, verschwanden nicht nach der Geburt. Auch im Krankenhaus konnte man ihr nicht helfen und so wurde sie nach Hause geschickt, um sich mit der Unterstützung ihrer Familie zu erholen. Rajo war bettlägerig und konnte sich nur mit Mühe bewegen und war völlig geschwächt. Ihr Arzt gab sie jedoch nicht auf und machte sie zu seiner obersten Priorität. Jeden Tag besuchte er das Haus ihrer Familie, brachte ihr Medikamente und sah nach Rajo. Der Arzt hatte sie während der gesamten Schwangerschaft begleitet und erkannte Rajo und Barbaram schon seit seiner Jugend und hatte immer zu ihnen aufgeschaut. Sie waren die Ältesten in der Gemeinde, obwohl sie keine Kinder hatten. Und da wusste er, wie viel die beiden allen anderen gegeben hatten und so wollte er so viel wie möglich zurückgeben. Aber das war noch nicht alles. Eine normale Schwangerschaft in ihrem Alter war ausgeschlossen und so sah sich das Paar gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Die vielversprechendste war eine künstliche Befruchtung, aber die war teuer. Sie mussten einen Bankkredit aufnehmen, nur um die Anzahlung leisten zu können. Aber das reichte längst nicht aus. Die medizinischen Kosten wuchsen immer weiter und irgendwann nahm der Arzt die Angelegenheit in seine Hände und bezahlte aus eigener Tasche einen weiteren Versuch. Die künstliche Befruchtung hatte schließlich dazu geführt, dass Rajo schwanger wurde. Leider würden die Besuche des Arztes nicht ewig dauern. Eines Nachmittags, ein paar Monate nach Navins Geburt, besuchte er Rajo und irgendwas schien nicht zu stimmen. Er schwitzte, sein Gesicht war gerötet und in seinen Augen lag eine tiefe Müdigkeit. Er versicherte der frischgebackenen Mutter, dass es ihm gut ginge und erklärte ihr genau, wie sie auf sich aufpassen sollte. Rajo war seine beste Patientin, weil sie so gutmütig und willensstark war. Aber in vielerlei Hinsicht war sie auch seine schlechteste. Selbst wenn ihr Körper geschwächt war, wollte sie auf den Beinen sein, den Haushalt machen und sich um ihre Familie kümmern. Bei diesem Besuch hatte ihr Arzt jedoch etwas Aufrichtiges und Ernstes an sich, das sie aufhorchen ließ. Sie erinnerte sich daran, wie sie sich seine Worte zu Herzen genommen hatte und war im Nachhinein froh, dass sie zugehört hatte. Am nächsten Tag kam die Nachricht ins Haus, dass der Arzt verstorben war. Als er nach seinem Besuch nach Hause gekommen war, hatte er Atemnot und einen Herzstillstand erlitten. Seine Frau hatte einen Krankenwagen gerufen, aber es war bereits zu spät. Er hatte es nicht einmal bis zum Krankenhaus geschafft. Rajo und ihre Familie waren tief bestürzt. Er war ein Mann, der körperlich, emotional und finanziell viel in die Geburt von Nawin investiert hatte. Alles, was er wollte, war, dass sie so lange wie möglich lebten. Und nun hatte Rajo seine Patientin, ihn überlebt. In gewisser Weise schien das nicht fair zu sein. Das gab Rajo einen neuen Entschluss, ihre Gesundheit nicht nur zu erhalten, nicht nur für ihre Familie, sondern auch in Gedenken an diesen großartigen Arzt, dem sie alles verdankte. Das bedeutete jedoch nicht, dass Rajo den Verfall ihres alternden Körpers aufhalten konnte. Seit dem Tod ihres Arztes musste sie zwei Operationen über sich hergehen lassen, die beide mit ihrem Darm zu tun hatten. Das war bei einer Patientin, die fast 77 Jahre alt war, nichts Ungewöhnliches. Normalerweise hätte Rajo nicht darauf gehört, aber da sie die Worte ihres verstorbenen Arztes ernst nahm, ruhte sie sich so viel wie möglich aus. Da sie bis zu acht Stunden am Tag an ihr Bett gefesselt war, wurde Rajo schnell überdrüssig. Sie wollte sich einerseits ausruhen, aber sie wollte andererseits draußen sein und etwas bewirken. Was hatte das Leben für einen Sinn, wenn sie nicht mit ihrer Tochter zusammen sein konnte? Außerdem wurde sie trotz der Ruhepausen von Tag zu Tag schwächer und in ihren Worten flackerte ein Hauch von Resignation auf. Rajo sprach nun darüber, was nach ihrem Tod geschehen würde. Sie war sicher, dass sich ihre Schwester Umi gut um ihre Tochter kümmern würde. Im Grunde genommen war sie ja schon Nawins Stiefmutter. Und das war noch nicht alles. Sie hatte bereits ein Testament für Nawin aufgesetzt. Nach einem langwierigen Rechtsstreit um ihr eigenes Erbe hatte sich Rajo schließlich mehr als 500.000 Quadratmeter Land gesichert, von dem sie wusste, dass es Nawins finanzielle Zukunft sichern würde. Ihre Tochter mochte viele Herausforderungen vor sich haben, aber sie wollte nicht, dass die Unterkunft eine davon war. All diese Vorbereitung zu veranlassen, signalisierten ihrer Gemeinde, dass sie sich auf das Ende ihres Lebens vorbereitete. Sie begannen, Rajo zu besuchen und sich zaghaft von ihr zu verabschieden. Eines frühen Nachmittags jedoch, am Ende von Nawins Schultag, erlebte sie eine Überraschung. Das Mädchen war jetzt sieben Jahre alt, ging in die zweite Klasse und hatte trotz der gesundheitlichen Probleme ihrer Mutter eine ganz normale Kindheit. Aber als sie hinten aus dem Schultor trat, schaute sie in die Gesichter der Eltern ihrer Klassenkameraden und wünschte sich, dass ihre Eltern sie wie alle anderen auch abholen könnten. Normalerweise wurde diese Aufgabe ihren älteren Cousins oder ihrer Stiefmutter überlassen. Aber ein Gesicht stach ihr ins Auge. Es war eine viel ältere Frau, die am Zaun lehnte. Erst als Nawin näher kam, erkannte sie, dass es das ihrer eigenen Mutter war. Sie hatte sie noch nie beim Abholen von der Schule gesehen, vor allem, weil sie sich eigentlich gerade ausruhen sollte. Nawin stürzte sich in die Arme ihrer Mutter und stieß einen riesigen Freudenschrei aus. Rajo umarmte ihre Tochter mit ihrem ganzen Körper und drückte sie mit aller Kraft an sich, streichelte ihre Wange und Nawins braunes Haar. Die Eltern, die sie umringten, waren von diesem Moment ergriffen und wussten, dass er ein ganz Besonderer war. Rajo mochte keine konventionelle Mutter sein und sie hatte in ihrem Alter viele Nachteile. Aber eines war sicher, sie liebte ihre Tochter mehr als jede andere. Bis heute ist Rajo noch am Leben und auf einem besten Weg, ihr Versprechen einzulösen. Sie will, dass Nawin heiratet und angesichts ihrer Entschlossenheit könnte sie dies auch schaffen. Was eine unglaubliche Geschichte! Würdest du mit 70 Jahren noch ein Kind bekommen? Glaubst du, dass Rajo ihre Tochter in einem Hochzeitskleid vor den Altar treten sehen wird? Sag es uns in den Kommentaren unten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!